ein berühmter forscher hat einmal gesagt was wir tun ist besonders nicht was wir sind ich wollte mir einen namen machen abenteuer nachjagen aber stattdessen haben die abenteuer mich gejagt in unseren dunkelsten stunden finden wir etwas etwas das uns antreibt so was weitermachen so Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das wird wehtun. Oh, fuck. Oh, oh. Was? Moment mal. Ah. So. Rechts. Links. Ja, komm. Ja, fast. Ja, das wird wehtun. Und. Mist. Jetzt. Ah, scheiße. Ah. Pfff. Puh. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ah. Scheiße, 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 scheiße. Ah, fuck. Armel Error, das geht ja gar nicht. Ganz ruhig, ganz ruhig. Vorsichtig. Nicht hinfahren. Ja, hier. Ganz ruhig. Oh, fuck, Alter. Wo sind wir hier überhaupt gelandet, Alter? Überall Knochen. Krasser Shit. Da spiegelt sich das Wasser an der Decke. Cool. Ja, ich hab, äh, bis jetzt alle Tomb Raider Teile, was? Eine Fackel. Fackel. Ja, nimm mit. Äh, durchgespielt. Oh, das war laut. Oh, das war laut. Und... Also, ich muss sagen, das letzte, das war einem... Ja, war grafisch jetzt, war schon ganz gut, aber... zwischen diesem Tomb Raider hier und dem alten, oder dem Vorgänger, ist ein gigantischer Unterschied. Das ist der Wahnsinn. Sieht einfach nur geil aus. Parallel zu diesem Let's Play wird auch bald noch, äh, Assassin's Creed 4 laufen. So, ganz ruhig, Lara. Oh, Fackel aus. Drücken Siegum, um die Umgebung zu erkunden. Das machen wir doch. Äh, Feuer. Und Segel. Natürlich, da ist die Lösung schon parat. So. Na, zünd an. Where is it? Who is it? What is it? Fuck, Alter. Fuck. Scheiße. Ich glaub, wir gehen mal hier weg. Deshalb brennen wir uns noch. Ohren zuhalten. Au. Das. Scheiße, scheiße, wie bricht alles ein? Da hoch, Lara. Pff. Schnell, los. Ähm, schnell, schnell. Ne. Uah. Krass. Huh. Ich will dir doch nur helfen. Schnauze. Komm zurück. Nee. Komm zurück. Nein. Ja, klar, du willst mir nur helfen, nur jetzt nur verspeisen. Kannibale, oder wo wir hier sind. Oh. Das mit dem Feuer an der Decke ist auch cool. Komm, Lara. Ganz ruhig. Krasser Shit. Boah. Ja, komm, hier kannst du wieder laufen. Jetzt ist die Lure auch wieder ein bisschen sauber. Ich entschuldige mich für das Banner da oben. Das ist übrigens mein Aufnahmeprogramm. Ich, äh, warte auf ein Key, weil ich mir die Vollversion gekauft habe. Der ist mittlerweile nicht angekommen und ich will unbedingt noch heute aufnehmen, dass diese Folge noch rauskommt. Drücken Sie Kuh. Ah, okay, okay, okay. Gehen wir mal erstmal hier wieder raus, da. Ey, ey, ey. Aha. Hm. Was können wir machen? Was ist das denn für ein Ding? Ah, das können wir anzünden. Machen wir mal. Ich bin jetzt wahrscheinlich definitiv lauter als das Game. Das tut mir ein bisschen leid. Äh, das wird sich aber in der nächsten Aufnahme oder übernächsten, ich weiß nicht wann, ändern. Und auch das Banner da oben, das wird spätestens in Folge 8 weg sein. Ähm. Ja. So, was... Hier ist noch ein Ding. Drück F, um zu schubsen. Okay. Okay, 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 okay. Ähm. Na, geht zurück. Können wir vielleicht... Was können wir hier machen? Können wir bestimmt irgendwie... Hopp. Oh. Oh. So, jetzt ist das Gedingse da oben. Oh, was bringt mir das? Die ersten Rätsel hier bei Tomb Raider. Hm. Irgendwie... Diese ganzen Kisten da, die sollen wir ja irgendwie... Und das Ding, das... Ich... Warte mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Uah. Scheiße, jetzt geht das hoch. Ah, ja. Genau. Das können wir gleich mal anzünden. Jawohl. Jetzt wird das da alles gefangen und jetzt springe ich da wieder ran. Dann können wir die Teile da hochheben. Und was dann passiert, weiß ich nicht. So, Lara, zeig mal. Ja. Jawohl. Genau. Na, komm, du auch. Nein. Okay. Dann wieder zurück. Können wir jetzt... Ja, jetzt können wir irgendwas damit machen. Ich hoffe, das ist auch richtig. Ich muss gleich schon wieder Folgenschluss machen, damit diese Folge genau heute noch rauskommt. Und... Zack. Oh, oh. Uah. Ja, dann los. Modell. Model oder Modell? Ich sag mal Modell freigeschaltet. Ich bin echt gespannt, was uns hier bei Tomb Raider erwartet. Und jetzt klingelt mein scheiß Handy. Ich hoffe, das ist wieder einmal nicht der Herr Dreamtags. Ah. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lara. Mach keinen Mist. Au. Komm, Lara. Rennen. Lauf. Ah, Licht. Uah, spring. Jawohl. Nochmal. Das ist Formpower vom Feinsten hier. Oh, scheiße. Los, los. Nein. Du Dreckse. Nein. Scheiße. Ah. Tastenkombi. Mann. Dreck. Ich kann ja mal kurz gucken, wer das war. Ach so, ja. Renn, 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 renn. So, und jetzt aber, komm. Nein. So, zack, 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 zack. Und zack. Was? Scheiße. Komm, Alter. Das ist die erste Folge. Stell dich nicht so bescheuert an. Benutzt die Anzeige, um verschiedene Waffen auszuwählen. Ja, das machen wir irgendwann später. Ich lese jetzt mal da unten diesen Tooltipp. So, ich musste irgendwie gehen, diese einfache Stelle da. Zack, zack, zack. So, F. Jetzt habe ich aber F gedrückt. Das war jetzt ein Spielfehler. Ich weiß ganz genau. Ey, was ist das für eine verkorkste Folge? Das geht ja gar nicht. Komm, dies, das will ich jetzt aber noch schaffen, die Folge. So, jetzt aber. Los, losmessen. Und F. Oh. Gut, 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 gut. So, die Folge. Uah, scheiße, die Felsen. Die Felsen. Ah, die Felsen. Spring. Nein, nein. Die Fackel, die Fackel. Verdammt. So, lauf, 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 lauf. Na, komm. Ja, komm, 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 komm. Äh. Boah, Felsen. Weiter, 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 weiter. Wow. Lauf, 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 lauf. Komm, schaffst du, schaffst du. Ja, nicht. Ja. Was ne Frauenpower. Die Arme. Die Arme, Lara. Fängt extrem actionreich schon an. Hammer. To, lauf, lauf, lauf. To, lauf. Krasser Shit. Und ich glaube, hier ist dann mal ein guter Zeitpunkt nochmal ein, oder die Folge zu beenden. Wir sehen uns morgen wieder. Ich werde das Display hoffentlich täglich übers Band laufen lassen. Und ich tue dann gleich mal die Soundeinstellung nochmal ändern, weil ich sehe gerade, ich steuere, übersteuere die ganze Zeit. Und, also dann, bis morgen. Tschüss. So, nach diesem Video hast du jetzt folgende Möglichkeiten. Klick auf YouTube und du kommst direkt auf meinen Channel, um dir weitere Videos anzugucken. Klick auf Twitter und du kommst auf meinen Twitter-Account und das gleiche mit Facebook. Ja. Ein Like, ein Abonnent, irgendwas, was du haben möchtest oder machen willst. Auf alle Fälle kannst du dir bei YouTube halt noch mehr Videos angucken, gell, wenn welche vorhanden sind. Oder die neuesten. Also dann, bis morgen oder demnächst.